Hallo meine Lieben, ich habe gerade die Angela sterben lassen. Das könnt ihr euch sicher bei irgendjemandem im Video anschauen, aber ich zeige euch jetzt das andere Ende. Genau, und nach diesem Bild fängt das Ende nämlich an. Zack. Alle Vorordnungen habe ich noch immer nicht gefunden, aber ich bin darauf gekommen, dass das letzte Mal, wo ich die Stufen raufgegangen bin, wo ich gesagt habe, das ist eine Tür, und dann habe ich gesagt, das ist keine Tür, da ist natürlich doch eine Tür. So, ich muss mal kurz schauen. Der hat aber ich, der hat Schwert zum Schleppen, der tötet keinen. Der tötet keinen, vor dem habe ich keine Angst. Der ist halt auch da. Sie rennt jetzt die Stufe rauf. Wenn wir da jetzt raufgehen, ist es vorbei. Also, wenn ihr noch irgendwas erledigen wollt in dem Spiel, dann würde ich mir alles anschauen, bevor ich raufgehe. Was kann man da gerade untersuchen? Oh, da ist noch ein Bild. Ah, das haben wir schon gehabt. Das sind die zwei Verheirateten. Das müsst ihr euch anschauen. Bitte was? Angel und ich verheiratet? Ja, 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 ja. Ich bin jetzt auf das Ende gespannt, wenn wir den sterben lassen. Ähm, ich bin von da gekommen, oder? Ja. Ich verlaufe mich so gern. Das ist unglaublich. Im richtigen Leben nicht so, aber im Spiel sehr oft. Das habe ich gerade aufgekommen, ja. Fast. Da liegt jetzt noch was. Das ist nur ein Buch. Successful Parity. Ja, ganz gleich. So, das haben wir auch. Das haben wir beim letzten, ähm, Spieldurchgang, also beim ersten Spieldurchgang schon gehabt. So. Und ich muss jetzt irgendwie... ...da rüber. Und ich weiß schon wieder nicht, wie. Weg, geh doch die Tür, komm. Du dich da nicht weigern. So, da bin ich hergekommen. Da sind wir rein. Da haben wir noch ein Fenster. Da sehe ich nix. Na. Wart, vielleicht ist da noch was am Boden. Oder? Ah nein, da ist noch ein Fisch. Ja, vor dem kann man sich fürchten. Der ist schnell. Aber dem... Der erinnert mich... Dieses Monster erinnert mich an was. Und mir fällt nicht ein an was. Bei irgendeinem Spiel gibt es so ein Fisch, das so ausschaut. Genau, das ist die Zeichnung, ja. Okay. Übrigens, mein Fazit über das Spiel ist, es ist viel, viel besser als Man of Median. Viel besser. Schau, da war man noch nicht. Da bin ich zum ersten Mal. Schau dir das an. Ha. Und ich hab noch gesagt, da bin ich zum ersten Mal schon Geheimnis gefunden. Was haben wir denn da gefunden? Eine Bodenstanduhr. Die Überreste einer alten Bodenstanduhr. In ihrem Inneren verbirgt sich ein alter Schlüssel. Aha. Was haben wir denn da alles neu? Ja, das ist das mit dem... Genau, mit den Eltern. Das ist die Kinderzeichnung, die haben wir auch schon gehabt. Und das ist neu. Das heißt, uns fehlen jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Geheimnisse fehlen mir nur. Ich hab zwei mehr gefunden als beim letzten Mal. Beim Auto, das ich beim letzten Mal nämlich angeschaut hab, war nämlich bei der Mutterhaube auch was. Und da war ich eben nicht. Warte, gehen wir zuerst da nach hinten. Da liegt noch was. Da war ich noch nie. Das ist gut. Bravo, Nora. Bravo. Noch eins, schau. Reverend Carsons Brief. Was steht da drin? Upsi. So. Eine Predigt von Reverend... Nutze die Heilige... Ja. Ein Brief von Reverend Carson, in dem er versichert, dass Meghans rebellisches Verhalten nicht ungewöhnlich sei. Er pietet moralische Unterstützung an. Der Brief ist auf den 9. September 1971 datiert. Carson nutze die Heilige Schrift, um die Stadt zu führen. Reverend Carson half, Megan maß zu regeln. Zu maßregeln. Megan maß zu regeln, hätte ich gesagt, aber ja. Wer besser Deutsch kann, darüber kann man streiten. Mein Deutsch ist auch nicht immer das Beste. Das ist auch manchmal der Vorlaub. Okay, das war auch das mit dem Buch, was wir gerade vorher gefunden gehabt haben. Cool. Ah, jetzt habe ich wieder nicht geschaut. Ich bin ein Depp. Wie viele Geheimnisse? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht fehlen uns nur. Man, dann schaut er das an. Ist so schön, wie sich der in Ruhe da umschaut, ne? Ich würde mich da nicht umschauen. Ich wäre da schon lange weg. Da schauen wir auch noch was. Aha. Das wäre jetzt nicht so erquickend, oder doch? Ah, da kommt der mit dem Stock. Der hat sich vor einem Baum selber eingehängt, oder keine Ahnung, selbst gefangen. So, das ist die Uhr. So, und da ist jetzt noch eine Tür. Da geht's rauf, ja? Da geht's nach rechts. Ich bin an dem Zimmer vorbeigegangen anscheinend. Interessant. Warum habe ich das gemacht? Wissen wir nicht. Das habe ich irgendwie verpasst, dass da ein Zimmer ist. So, da ist jetzt noch was. Na, schau hin. Na, komm. Da war doch gerade ein... Da? Achso, das ist das Buch auf der anderen Seite. Alles klar. Diese Tür ist zu, okay. Und da geht's jetzt die Stufen rauf. Da fangt jetzt das Schluss an. Ja, da drüben waren wir schon. Und da ist jetzt noch eine Tür. Aber er weigert sich da reinzugehen, okay. Hm, aber da ist noch eine Tür. Okay, die ist zu. Nein, da müssen wir ja raufgehen. Und jetzt geben wir natürlich dem Kind die Schuld. Ja. Und dann schauen wir, was jetzt passiert, wenn das Kind schuld ist. Was war das? Bestimmt die Kleine. Suchen wir sie. Okay. Okay. Ja, bleib hier, wenn du zur Hölle sagst. Ja, ja. Ist die Schallplatte. Andrew, passt du wohl auf die Platte auf? Andrew, was ist los? Ah! So. Puh. Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schütze mich. Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Das ist neu, oder? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht? Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein? Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichte ich dieses Kind, diese Satans Brot in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Ja, ja. Das ist irre. Diese Leute haben den Verstand verloren. Ja, das haben sie. Meine Absicht, der Stadt zu schaden oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es hier an den Kragen geht, ersuche diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Heißt das? Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. In dieser Stadt stimmt was nicht. Es liegt doch auf der Hand, dass hier was faul ist. Etwas Böses lauert hier. Zweifellos herrscht das Böse in Little Hope. Dunkelheit vergiftet unsere Herzen. Alle, die heute hier versammelt sind, wissen wohl, dass der Teufel in unserer Mitte weilt. Die Aufgabe dieses Gerichts besteht darin, dem Bösen Einhalt zu gebieten. Uns läuft die Zeit davon. Du siehst das falsch. Mary ist unschuldig. Wie soll ich entscheiden? Irre ich mich? So stirbt ein unschuldiger Mensch. Die Kleine muss büßen. Die Kleine hat Scheiße gebaut und muss dafür zahlen. Zack. Das Gericht entscheidet wie? Verräter! Lasst ab von mir! Abraham, hör nicht auf ihn. Er ist nicht unser Freund. Sie spricht mit ihrem bösen Geist. Braucht das Gericht noch mehr Beweise für ihre Schuld? Das Urteil, das ich fälle, dient dem Wohl der Stadt und all ihrer Bewohner. Nur so lässt sich das von Mary gebrachte Böse vernichten. Mary, du wirst abgeführt und auf dem Scheiterhaufen als Ketzerin und Hexe brennen. Bumm. Das ist ein Kind. Dies ist eure Fürsorge? Ihr seid kein Stück besser als die anderen. Das Urteil ist sogleich zu vollstrecken. Der Teufel darf nicht noch einmal versuchen, seine Dienerin zu retten. Bumm. Oh oh. Jetzt laufe ich im Wohnzimmer spazieren. Das ist mir zu aufregend. Das war mein Kind. Aber was macht man nicht für ein anderes Ende? Oh fuck. Oh Gott, schrecklich. Ewige Verdammnis, erwarte dich Satans Brut. Ah, scheiße. Menschen sind so schlau. Ich hasse Menschen. Oh. Ich kann übrigens nur raten, zu speichern auf einen USB-Stick, bevor man die Stufen rauf geht. Dann kann man, glaube ich, drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also einfach das, ähm, einfach den USB-Stick anstecken, das Spiel schließen und, ähm, ja, auf den USB-Stick die Daten speichern. Übers Menü. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Wäre mir nicht so sicher. Was, wenn ich alles noch schlimmer gemacht habe? Unsere ganzen offenen Fragen bleiben wohl offen. Los, weg hier. Interessant. Was ist? Alles gut? Ich glaube, den Busfahrer findet man jetzt nicht. Die Kleine sehen wir wohl nie wieder. Spannend. Boom. Auf Wiedersehen. Und die Geschichte wiederholt sich. Die Angel habe ich ja schon getötet. Ich wollte einfach nur sehen, wie ein Toter ausschaut. Ich habe nur leider unabsichtlich das Video gelöscht. Ja, ja, da kommen sie jetzt von überall. Aber das setzt mir wieder nieder. Ja, das war die Poanum. Ja, das war die Poanum. Das war die Poanum. Verblüfft? Ja, die finden den Bus... Busfahrer, fix nicht! Sie verbrennt? Achso, deshalb hat die den Stamm mit, weil die er brannt ist. Die ist ja diesmal nicht aufgehängt worden, weil ich mich anders entschieden habe. So, Kurs aktualisiert, das müssen wir uns jetzt anschauen. John wurde in der Hausrinne von einem Dämon ergriffen und zerquetscht. Ja, das kann man so sagen. Aha, die Teller ist offiziell noch nicht tot anscheinend. Aha, wenn man Daniel sagt, er soll die... Ah, okay, da wird er was klärend für das nächste Mal. Da, das kleine Mädchen. Ja, die Puppe haben wir auch versucht zu entreißen. Das hat nicht funktioniert. Er soll Mary verdammen, ja, ja. Das habe ich gerade entschieden. Ja, ich habe eine Waffe gefunden, dort wo die Katze ist, ganz am Anfang. Wo er von der Katze davon rennt, wenn man da das Atmen schafft, dann findet man die Waffe. Also ich kann, wie gesagt, das Video nicht empfehlen, wenn man das Spiel noch spielen mag. Auch das andere, das Dreier nicht, wo das zweite, also das erste Ende drauf ist, wo alle überleben. Und wo wir den Busfahrer finden. Viel, viel besser als Man of Medan. Fast so gut wie Until Dawn. Wäre wahrscheinlich gleich gut wie Until Dawn, wenn ich nicht beim ersten Mal alles richtig gemacht hätte. Aber ich weiß ja jetzt schon, was passiert. Oder beziehungsweise passiert ist. Aber wie gesagt, anderes Ende jetzt. Ich warte gespannt, dass was passiert. Jetzt. Hier steckst du also. Lass mich in Ruhe. Ich habe alles verloren. Du hast alles verloren? Was, du Witze? Hau einfach ab! Geh weg! Hättest weg bleiben sollen. Er ist der Freund von der Schwester. Vom Betriebnis. Ich werde dir verzeihen, was du getan hast. Da ist er! Da ist der verdammte Mörder! Ich bin kein Mörder! Diese Wesen, was auch immer sie sind! Sie sind schuld, nicht ich! Hey, Vorsicht! Der Scheißkel hat eine Waffe! Oh-oh, jetzt werden wir schon sagen. Ich wollte sie doch nur schützen! Nicht mal das konnte ich! Wie geht's, kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Und das ist der Busfahrer. Mit dem verbrannten Ohr. Und das ist der Busfahrer. Mit dem verbrannten Ohr. Und das ist der Busfahrer. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Nein, da ist gar keiner. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Sarkasmus. Sarkasmus. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Er ist weg. Ehrwitzig. Ich glaub, du brauchst nen Drink. Danke. Lieber nicht. Ich brauch nen klaren Kopf. Ich finde, sie hätten erst, wenn wir's vier oder fünfmal durchgespielt haben, das richtige Ende zeigen sollen. Sie hätten einen schon ein paar Mal im Glauben lassen können, dass es wirklich nur um die jungen Kinder geht. Boah, ich krieg'n Herzinfarkt. Ja, ja, ich hab geschossen. Du, Elendis Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schließen? Komm raus, Freikling! Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen! Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Hey! Sie kommen! Wer kommt? Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Hey, sie kommen! Wer kommt? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob beim letzten Mal auch... R1 Andrew fand den Busfahrer aber nie weit weg. Oh! Andrew hat auch noch überlebt. Das hab' ich irgendwie falsch gemacht. Daniel wurde in der Hausruine von einem Dämon... ein Messer in den Hinterkopf gerammt. Ja? Nett! Der Täler wurde in der Hausruine von einem Dämon verbrannt. Ich muss die mal viel früher sterben lassen und schauen, was dann passiert. So. Jetzt erzähl ihr uns noch eine Geschichte? Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Ja. Es wird zu fix. Weil diesmal bringe ich wirklich alle um. Hoffentlich. So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Ein unglückliches Ende. Oder nicht? Je nachdem, was sie glücklich macht, nicht wahr? Und sie... fanden ihn. Am Ende. Ja, leider habe ich ihn gefunden. Den Busfahrer. Das Ziel wäre ihn nicht zu finden. Vielleicht lässt er nun... die Vergangenheit ruhen. Aber ich muss ja auch noch schaffen, dass ich den... den Lehrer dazu bringe, dass er... ähm... auf Wiedersehen. Vielleicht im Südpazifik. Oder der Wüste Arabiens. Oder... ganz woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Wenn etwas besonders Interessantes passiert, stelle ich es natürlich wieder hoch. Aber generell war es das jetzt mit Little Hope. Das ist das zweite Ende. Ich habe fast alles gleich gemacht wie beim ersten Mal. Nur halt, dass ich jetzt gesagt habe, das Mädchen ist schuld am Schluss. Und ja. So kamen wir zu diesem Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich weiß noch nicht genau, was das sein wird. Wahrscheinlich der Nachtspaziergang von... Made of Scare. Aber ja. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten sage ich, macht's das gut. Passt auf euch auf. Und... Ciao.